Ja, Opa, das schmeckt wirklich gut. Ich bin wirklich zufrieden mit der Pizza. Ja, das ist voll toll. Aber süß bin ich ja noch nicht für alte Leute. Tut mir leid, aber dankeschön. Hallo, sieh. Ist da noch Platz? Kann ich mich da hinsetzen? Ja, darf ich das? Sieht anscheinend so aus. Ich hab Hunger, ich muss hier was essen. Hier gibt's sehr viel Leckeres und sehr viel... Bühne. Oh, dann setz ich mich mal hier hin. Oh, es wird alt und gebrechlich. Oh Mann, schön, dass Sie auch hier sind. Gut. Ja. Was machen Sie denn hier? Ich weiß nicht. Ich versuche nur gut auszusehen und versuche alles zu machen, was möglich ist. Sehen Sie ja, ich esse. Oh, wie ich sehe. Sind Sie eine hübsche Frau. Dann setzen Sie sich doch gleich neben mir. Dann können wir ein bisschen plaudern. Oh, ich darf nicht zeigen, dass ich alt werde. Oh, das ist schön, dass Sie jetzt bei mir sitzen. Oh, wie wär's denn heute denn? Ähm, ähm, äh... Ich muss mich zurück. Ich sollte mal was zu essen bestellen. Ah, hallo, Frau Oberin. Ich hätte gerne einen Hamburger. Einen ganz großen. Das wäre... will ich kräftig. Wollen Sie auch was essen? Oh, das wäre nett von Ihnen. Ja, bestellen Sie mir eine schöne Pizza. Oh, das ist ja nett von Ihnen. Oh, danke schön. Na, da möchte jemand was bestellen. Ah, hallo. Was möchten Sie denn haben? Wollen Sie was haben? Ja, okay. Ich schreib das mal ganz kurz auf. Oh, okay. Okay, ich bringe Ihnen das gleich. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Oh, Mann. Oh, die ist ja auch ziemlich hübsch. Oh, vielleicht beide nehme ich heute her. Oh, besser als Zeitschriften. Ja, oh, da kommt das Essen ja schon. Oh, das ist ja aber pünktlich und schnell hier. Hier geht ja alles fix. Ist auch ziemlich fix. Ja, ich bin ziemlich schnell. Das kann man sagen. Oh, guck mal. Das Essen kommt schon. Oh, das wäre ganz lieb von Ihnen, dass Sie mir das gegeben haben. Ich bin gleich da. Ja, oh, das Essen fällt runter. Ich habe von Ihnen das nicht gesehen. Oh, Gott. Das ist nicht so cool. Oh, ups. So, bitte schön auf den Teller drauf. Oh, Gott. So, ich komme mit Ihrem Hamburger. So, hier ist... Das haben Sie nicht gesehen, ne? Das haben Sie nicht gesehen. Ich nehme mir mal Ihr Geschirr hier weg von den letzten Kunden. So, Geschirrabwasch. Leute, hier, bitte schön. So, wo ist der Hamburger denn schon wieder? Schön, das ist schon wieder weg. Hier, bitte schön, ein Teller mit einem schönen Hamburger. So, und Sie wollten eine Pizza? Die ist auch schon wieder soweit. Hier ist die Pizza. Bitte schön. Hier, einmal eine Flasche schön mit Spreit. Bitte schön. So, dies nehme ich mit. Das brauchen Sie ja nicht mehr. So, bitte schön, einmal Pommes noch. Ach, bitte schön, Geschirrabwasch, Leute hier. Bitte schön. Oh, Gott. Ich habe da oben die Dinger getroffen. Bitte ran. Ich hole das mal da oben runter. So, bitte schön. Leute, hier, das ist kostenlos für Sie. Das können Sie mitnehmen. Wir brauchen wir nicht mehr. Dankeschön. So, ich bringe Ihnen noch Servierten. Dann wird alles gut. Gut, können Sie Ihren Mund abwischen. Gut, dann gehe ich mal wieder. Ich habe genug zu tun. Hier können Sie noch Ihren Abwaschlauf machen. Dann brauche ich das nicht gleich abräumen. Oh, Leute. Jetzt zeige ich, was zu essen. Ein Hamburger, eine Pommes und eine Cola. Das ist schön, ist das. Oh, die sind voll nett und voll schnell. Es gibt kein Restaurant, was schneller ist wie dieses. Das ist sehr cool, ist das. Auch wenn ich alt werde. Oder noch gar nicht. Oh, wie schmeckt es dir denn? Deine Pizza. Meine kleine Süße. Ach, ja Opa, das schmeckt wirklich gut. Ich bin wirklich zufrieden mit der Pizza. Ja, das ist voll toll von Ihnen. Ja, aber süß bin ich immer noch nicht für alte Leute. Tut mir leid, aber Dankeschön. Oh, Mist, jetzt habe ich einen Korb bekommen. Oh, egal. Oh, ich habe schon Pizza aufgegessen. Äh, Hamburger, voll lecker hier. Oh, kann ich selber wegbringen. Oh, die Pommes schaffe ich nicht mehr. Oh, man kann sich eben jemanden nehmen, freiwillig. Und das Getränk auch. Eben mit Vollsalz. So bin ich auch noch dick. Halt, bin ich schon. Servietten habe ich schon alle benutzt. Hier sind keine mehr drin. Na, gib mal Ihnen Ihre Pizza her. Wir brauchen Sie ja nicht mehr. Oh, Sie können ja noch mit zu mir kommen. So, na, wie wäre es denn, ja? Oh, dieses Tablett, das hat mir sehr viel gebracht. Einmal Tisch abrücken. Oh Gott. So, gut aufpassen hinten. So, aufpassen. Alte Opa bespielen. Was war das denn? Gut aufpassen. Sie dürfen ja nicht mehr essen. Das ist nicht mehr gesund hier. Ja? Hier schmeckt das nicht. Ich bin sehr ehrlich. So, dann gehen Sie hier weg. Oh, du guckst, ich habe ein Handy gefunden. Weg damit. Können wir nicht gebrauchen. So, jetzt müssen wir mal die Küche abräumen. Alles runter hier. So. Die Dame war nicht so nett heute. Oh, oh Gott. Oh, das rutscht aber hier sehr schnell alles runter. So, jetzt gehe ich mal wieder.